Wie gut ist eigentlich das Haarstyling-Produkt? Fiber von American Crew. Normale, solide Verpackung in einem schwarzen Plastiktiegel. Geruch leicht zitrisch, sehr angenehm, ein wenig herb, gefällt mir sehr gut. Inhaltsstoffe. 50% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 50% leider nicht. Claim von der Firma, ein geschmeidiges Produkt mit hohem Halt und leichtem Schein. Ob das wirklich stimmt? Let's see. Meine Haare aktuell ungestylt. Ein paar Drops Arganöl. Einfach göttlich. Weiter geht's mit Fiber. Die Konsistenz des Produktes ist leicht cremig, dennoch sehr wachsartig, lässt sich sehr gut in den Händen verteilen. Es muss aber schon ein wenig aufgewärmt werden, bevor man das Produkt aufträgt. Das Styling an sich finde ich persönlich ganz okay. Die Seiten noch etwas ordnend. Der Vorher-Nachher-Vergleich. Kommen wir zum Halt. Es ist nicht das drin, was draufsteht. Eyehole steht drauf, aber man muss sagen, es ist eher ein Light Hold, also ein leichter Halt. Kommen wir zum Finish. Wenig Schein im Finish ist allerdings korrekt. Wie ist es mit der Aussaussbarkeit des Produktes aus? Die Fiber von American Crew lässt sich gut aus den Haaren rauswaschen und ihr erhaltet 85 Gramm von American Crew Fiber für 12 Volt. Kann ich das Produkt weiterempfehlen und für wen ist das Produkt geeignet? Ja, das Produkt kann man schon weiterempfehlen, aber das Produkt ist vorwiegend für die Leute geeignet, die sehr feines und dünnes Haar haben und grundsätzlich einfach mehr Textur in ihren Haaren haben wollen. Und für die ein leichter Halt zufriedenstellend ist, ein leichter Schein auch in Ordnung ist, sowie die Inhaltsstoffe eher zweitrangig sind. Fiber von American Crew erhält 40 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt viel Spaß beim Haar-Style.